Hey ihr Lieben! Aufräumen kann Spaß machen und funktionieren. Und weißt du wie? Wenn du dir einfach eine Uhrzeit stellst, ja? Wenn du überlegst, das ganze Haus, die ganze Wohnung aufzuräumen, ist schon echt heftig. Aber wenn du dir ein Zimmer vornimmst, 15 Minuten und dann die Uhr startest, geht's easy peasy. Komm, wir machen's zusammen. Uhr einstellen, 15 Minuten, let's go! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020